Auch wenn uns das wahrscheinlich nichts bringt, versuchen wir jetzt einfach mal darüber zu springen. Denn der Kompass sagt es so an. Welcher Kompass? Das Haar. Hättest du gerade mal drauf achten müssen. Ach so, ihr Haar. Ah, gucke mal da. I said it. We can try it. Da ist aber rutschen. Nee. Hm, doch. Doch. Ach, 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 ach. Muss das sein. Am besten wir speichern. Wir haben doch gerade gespeichert auf der anderen Seite, weil wir immer zum Cutende hin. Aber gut, du hast recht, sonst müssen wir hier auch nochmal rüber. Du hast recht. Ja, war gut. Ja, ich habe recht. Na, Spiel? Danke. Was auch lustig ist, auf dieser CD hier sind ja mehrere Spiele. Sind mehrere Tomb Raider Spiele drauf und die CD ist jetzt schon so verkratzt, dass ich mich frage, wie ich jemals die anderen Spiele damit noch spielen soll. Ja, haben sie natürlich gut gemacht. Nein, verdammt. Jetzt kriegst du hin. Ja, mit dem schönen Sprung. Ah. Elegant. Yes. Ach, Secret. Ja, gut, du hattest recht. Guck mal an. Jetzt kommen wir, ach doch, nicht auf der anderen Seite raus. Schade. Irgendwie dachte ich, wir kommen jetzt da hinten raus. Na Lara, sie ist so ein bisschen zickig manchmal hier mit diesem Medi... Was ist denn das? Ein Böller oder... Ach nee! Ein Böller. Jetzt ist sie schon wieder zickig. Obwohl ich hier die Tasten bewege, das dauert dann immer so einen kleinen Moment, bis sie, ähm, dann irgendwie sich wieder steuern lässt. Ja, wir haben sie sterben lassen. Dann denkt sie sich so, no. No? Jetzt kein Bock mehr. Ja, würdest du bitte aufstehen? So, und jetzt ist wieder die Frage... Wie kommen wir runter? Am besten, wir nehmen erstmal ein Medi-Pack. Späschung. Mal wieder. Hm. Tja. Ja, äh, kann man sich da runterhangeln? Nope. Jaja, das wird jetzt wieder... Aber von hier springt die doch nicht da hinten auf die Schräge. Ah, mehr als schief gehen kann es nicht. Man kann ja versuchen, durch einen Bug auf das Quad zu fliegen und dann gleichzeitig das wie bei dem Boot, bei Tumpel, da zwei. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wer weiß. Das hier bestimmt auch nicht. Nein, nein, fast. Wenn sie gesprungen wäre, dann hätte das, aber sie wollte nicht. Wackelige Böden gab's da auch schon, also wird das auch funktionieren. Ja, das stimmt. Ach Mist, jetzt müssen wir uns wieder ausrichten. Ach, richten, verteilen, falsche Seite. Oh. Wow, aber mit einem Bein, oh, guck dir das mal an. Also das war ja schon ein Halbtot, also bitte, Lara. Ja. Ach, so kommen wir jetzt wieder dahin. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder... Zurück jetzt. Ich würde das jetzt aber echt mal gerne wissen, ob wir genau auf dem Quad landen können, aber das wäre Millimeter, aber das würde ich jetzt auch nicht so ganz... Ja, wohl, wir können uns von hier fallen lassen. Aber Spei... Ach ja. Wir haben gerade... Oh, das könnte... Ey, wenn das klappt, ne? Wenn das klappt, dann wär's so lustig. Nee. Schade, das Quad müsste dafür ein bisschen weiter hinten stehen. Also nach, zu der Wand. Schade. Schei... Gleiches da. So. Wäre aber lustig gewesen, da hast du recht. Ja. Naja, egal, so sind wir auch... Kommen wir denn da jetzt auch nochmal irgendwie hoch? Das wäre so schön, weil da ist ja auch noch ein Secret am Fluss. Aber wir kommen bestimmt nicht mehr auf die... Ach nein, das hieß ja, uns entgeht ein Secret. Obwohl ich in dem Buch auch gelesen habe, Kletterei am Fluss, obwohl die damit auch das Untere meinen könnten. Aber der Zopf drängelt, dass wir weg sollen. Weg sollen, ja? Zopf, du bist gemein. Na gut, dann gehen wir halt wieder... Er beinhaltet bestimmt Recht. Bestimmt. Na gut. Immerhin haben wir uns noch ein Secret geschnappt, dann ist das nicht ganz so mager hier. Ja, wir können doch jetzt das Quatsch mitnehmen. Sollen wir... Ach nee, ach nee, geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Wo lang denn? Da auch nicht. Hä? Da lang in das Wasser reinspringen? Ja, aber hoch. Nein! Das ist nicht hier, ja. Ich bin gerade verwirrt, Entschuldigung. Nach links. Entschuldigung. Genau da. Ach ja, hier. Ja, nicht in Wasser springen von hier, weil sonst ist es schlecht. Sonst knabbern Fische. Moment mal, theoretisch könnten wir doch ganz stylisch auf den Wasserfall, dass er uns runter... So rutschen, so... Ja. Machst du das? Nein, sie kann hier stehen. Sie kann hier stehen. What? Wenn sie hier stehen kann, dann kann man doch bestimmt auch darüber... Ja, genau den Gedanken hatte ich gerade auch. Nein, 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 verdammt, das war so klarladen, bitte. Es war klar, dass man da nicht stehen kann. Wo haben wir... Ach hier, ja gut, das geht. Das geht. Auch lustig, ne? Ja. Da bleibt sie erst... Da rutscht sie erst nicht und dann rutscht sie. Ah ja, weil da der Strahl ist. Das hat sich auch gerade sehr toll angehört, weil da, 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 da der Strahl ist. Ja, ich bin heute irgendwie nicht so ganz da. Nein, das war auch wegen Skype, das hat er es doppelt gesagt, so da, 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 da. Okay, hoffentlich ist das dann im Video nicht auch doppelt. Nee, ich denke wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Ja, guck, man sieht das ja auch richtig. Also hier, auch hier vorne kann sie nicht stehen. Das war dann aber Glück, dass wir da gelandet sind. Das muss doch... Das geht wieder. Ja. Und jetzt spring vielleicht nochmal. Einfach schnell springen. Ja. Nein, Scheibenkleister. Aber das, äh... Da müssen wir dann aufpassen. Hm. Sieht lustig aus. Ja, sehr lustig. So, hier steht sie ja. Das speichern wir. Weil da könnten wir vielleicht auch dann da runterspringen. Also jetzt vielleicht so eine Seitwärtsrolle oder so hätten wir machen können. Oder einfach uns jetzt festhalten. Das ist vielleicht auch nicht mal so schlecht. Kann man jetzt hier hangeln? Nein, das ist das Problem. Ja, eine Seitwärtsrolle macht sie jetzt hier nicht. Warum steht sie hier und da kommen schon wieder irgendwelche... Ich hör euch doch. Wow. Ah, die Hammer. Äh, Lara. Der Vogel ist direkt vor deiner Nase. Da hinten. Was... Was liegt da? Da vorne. Das ist eine Waffe. Die wollen wir doch haben, oder? Ja. Sind das deine besagten Uzi's? Hm, sieht gerade aus wie Munition. Ja, nicht rutschen, du blöde Kuh. Hey, die darf doch rutschen. Dann kannst du dich da unten festhalten wieder. Na, ist nur die Frage von... Ah, das wird zu... Da hält die sich nicht fest. Das ist zu lang. Das Fallen. Echt? Ja. Wetten? Siehste? Oh, da kommt noch ein Vogel, oder hast du gerade irgendwie... Ich hab grad so. Achso, ja gut, dann kommt da kein Vogel. Machen die's so? Ja, so ein bisschen. Lol. Aber warum konnte sie jetzt da vorne... Ah, deswegen kann sie hier stehen, weil das wieder gerade ist. Ja, fuck it, fuck, fuck. Vogel. Warte ich's jetzt, Laris. Ja, äh, Vogel? Willst du nicht? Aber wir wollen. Komm her. Nein, du... Warum hat die sich jetzt nicht da festgehalten, die... Dumme Nuss? Ha. Achso, hier sind wir. Oh Mann, ey. Das ist so verwirrend. Ja, ja. Aber das war knapp. Naja, gut, dann... Ja, scheiße. Ah. Nee. Darüber kommt sie nie im Leben. Naja, aber sie hätte von da dahin, aber irgendwie sieht das gerade wieder so aus, als könnte man nur eins haben. Also entweder hier hin, hier unten, oder die Waffe. Und dann ins Wasser. Hey, also kann man doch beides haben. Ah, was mir... Nein, aber weißt du, was ich meine? Wenn man von oben, da jetzt, wo ihr Kopf ist, da drüber, dahin springt... Achso, du meinst da, wo man klettern kann? Ja. Das da unter uns gerade. Genau. Ja, wie kommt man denn da jetzt dahin? Ich hätte ja eine Idee, dass man möglichst weit versucht, da hinten hinzukommen, sich wieder hochzieht und mit dem Sprung dreht. Aber das könnte zu weit uns... Obwohl. Aber wie kommen wir dann wieder... Ne. Was mit einem Sprung dreht? Nein, das wird nie im Leben klappen. Wie, try it? Wir haben doch Zeit. Achso, ja, Mist, wir kommen hier gar nicht so weit zurück, ne, bis dahin, wo sie... Da denn, oder? Ne, da rutscht sie auch schon, verdammt. Aber... Das sollte für einen Anlauf reichen. Nein, leider nicht. Aber für einen Kopfstoßen hat's gereicht. Oh Gott. Wenn man ja wenigstens über dieses Erste da rüberkommen würde, weil über diesen kleinen Hubbel, da hangelt sie sich ja nicht. Ne. Das reicht nicht. Na, vielleicht, wenn man... Ah, fast. Ach, da kommt der Vogel her. Aha. Puh. Und nun? Am Ende machen wir uns extra Arbeit und ja. Ja, aber selbst wenn das hier irgendwie ginge, selbst das funktioniert ja nicht. Dafür ist das leider zu hoch. Und weiter hangeln... Ja, Vogel, das ist gerade sehr... Nicht gut. Nachher wird begattet von einem Vogel. So genau so sieht das gerade aus. Das ist... Ne, das ist eklig, Vogel. Lass das. Ja gut, das andere wird aber leider auch nicht funktionieren. Lass uns mal... Mal hier unten gucken, was hier so ist. Ja, aber es wird... Aber... Ne, jetzt laden noch mal. Ach, Mano. Ja, wer hatte denn hier den Ehrgeiz und gibt das so leicht auf? Ja, ist ja gut. Also du versuchst das jetzt bitte noch mal mit dem Anspruch... Äh, mit dem Ansprung. Mit dem Anlauf da. Darf ich noch mal zurückspringen, dass wir wenigstens vielleicht da diese Waffe kriegen? Jetzt chill erst mal. Ja gut, gut. Wenn ich chillen soll, dann... Äh, Moment. Moment. So, jetzt kannst du spielen. Äh, ja. Oh, ich drücke Tasten und Skype wird sich aus dem Vollbildmodus verändern, aber sonst nichts. Nein, hier wird nicht gechillt. Also du kannst chillen und zugucken und sprechen, aber ich muss leider spielen. Aber auch schön, jetzt chill mal. Also jetzt mit dem Anlauf da. Ja, wir müssen irgendwie so springen, dass sie rückwärts, leider da vorne, hinter diesem Ding landet. Das schaffst du. Nicht. Doch. Dreh dich... Nein, sie muss rückwärts. Und der Vogel, der ploppt auch auf. Ja, okay, wenn's so weit... Nee, dann lass uns zurückgehen. Wir wollen ja nicht die ganzen Zuschauer hier belästigen mit dem Scheiß da. Wir belästigen euch mit Vogelsex, ja, Entschuldigung. Aber wir können ja nix dafür, wenn das hier nicht funktioniert. Wuii! Oh Gott, ey. Also es möge bitte jemand zählen, wie oft wir jetzt hier gefailt haben. Geht das jetzt bitte? Haha. Nein. Also einmal haben wir auf jeden Fall schon. Ja, das... Oder wieder mit... Ja, mit Anlauf. Das geht ja wieder nicht. Würdest du, bleib doch einfach... Wir laden jetzt einfach mal eins höher. Hätte ich auch gesagt. Wo sind wir? Das war falsch? Oder nee? Nee, das ist noch in Ordnung. Gott, wir haben ja wirklich alle fünf Meter gespeichert. Mein Gott. Das sind wahrscheinlich noch nicht mal fünf Meter in echt. Naja, kleine Lara-Trapsen vielleicht schon. Ah, doch, hat geklappt. So, dass wir wenigstens vielleicht das kriegen, weil das kann nur der Einzige. Rutscht sie hier auch schon, weil das sieht... Oh, das ist aber sehr schief, Lara. Unter normalen Umständen würdest du da, aber... Ja, normale Umstände sind in diesem Spiel leider nicht irgendwie vorhanden. Ach, von oben kommt auch einer? Aha. Vogel6i. Cut, weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bestattung. Oder nee, Begattung, ne? Ja. Bestattung. Ja gut, das sind Geier, ne? Also, Begattung, Bestattung würde auch funktionieren. Ja, ja, das ist das, wie man da an dieses Ding kommt. Ah, natürlich sind wir doof. Natürlich, wir können doch dann von da da dran springen. Oh. Jupp. Oh. Das war... Ach, diese überaus großartige Intelligenz, die wir haben, das ist doch... Yes. Ich hab schon gedacht, dass das eh für die Katz ist. Und ja, es war wortwörtlich für die Katz. Scheiße. Naja, gut, aber... Jetzt macht dieses im Lösungsbuch Kletterei am Fluss auch Sinn. Oh, das sind... Weil da stand ja nicht, äh, Springerei in den Fluss. Stimmt. Ja, jetzt... Ja, ja, ähm... Ja. Da müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht in das Wasser. Ja, aber da hinter dem Wasserfall sah es so aus, als würde es da weitergehen. Ja, oder so halt, nee, äh... Vielleicht ist das Level sogar schon zu Ende. Vielleicht haben wir so viel Glück. Ja, lang ist es nicht. Also laut Lösungsbuch, es ist nicht lang. Wir haben es nur länger gemacht. Das, das war so klar, dass du das nachgeguckt hast. Äh, Secret. Nein, ich hab das nicht komplett. Nur wenn du durch das Buch blätterst, siehst du ja, wie lang die Level sind. Ne, von daher, ich habe nicht nachgeguckt. So, da haben wir uns jetzt endlich das letzte Secret geholt. Also, was heißt das letzte? Fast das letzte. Bloß das eine konnten wir ja nicht holen, wegen diesem komischen Weg. Und das ist eine sehr schöne Pose. Yes, ne? Wieder die Nimm-mich-von-Hinten-Stellung. Ja. Also, was heißt komischer Weg? Wir mussten dann eine Entscheidung machen. Und Noxy wollte ja unbedingt wegen dem Punkt, 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 Sternchenquad nicht den Weg wählen. Richtig, ja, aber, also, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Was steht da eigentlich drauf? Gas? Ja, Tatsache, da steht, ach, und da liegt ein Medipack. Schön. Hat der Typ das noch verloren? Äh, 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 Lara? Würdest du das bitte? Danke. Na gut, der Typ ist aber nicht tot. Oh, da liegt ein Kackhaufen. Äh. Ja. Ein Kackhaufen. Ein Kackhaufen. Nee, ich wollte eigentlich Kackadus sagen, aber hab irgendwie Kackhaufen gesagt. Keine Ahnung. Okay, ein, ein, äh, Kakao-Kackenmerk-Kackadu, oder was? Oh Mann, aber wo ist der Typ? Äh? Okay, Level zu Ende. Ja, es ist zu Ende. Und ja, ich muss das ja vorlesen, ich hab ja gesagt, ne, also, nö, mach ich nicht. Puh. Nö. Ja gut, da Nox jetzt rumzickt, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also, der Gang ist, ähm, aka das nervige Quad-Level, also die benötigte Zeit 56 Minuten und 48 Sekunden, die gefundene Secrets 4 von 5, besiegte Gegner 30, die verbrauchte Munition 423, Treffer 376, also eine gute Trefferquote, benutzte Medipex 1, zurückgelegte Entfernung 4,94 Kilometer. Yay, wir haben's geschafft. Yay, wir haben's geschafft, wunderbar. Also, wäre das Quad nicht gewesen, hätte das ein sehr schönes Level werden können. Ja. Aber, aber ich würd' mal sagen, mit dem nächsten Level sehen wir uns im nächsten Part, meh. Ja. 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 Ja.